Yo, Peace meine Freunde, was geht ab? Ein herzliches Glück auf! Wie ihr wisst, es war ja gestern ein Trivierderby, was Schalke und Dortmund war. Beide ungeschlagenen Mannschaften. Beide haben toll gespielt, hatten auch sehr viele Chancen. Er sah so aus, dass Dortmund jetzt überwiegend das Spiel dominiert hat, auch teilweise. Gerade in der ersten Halbzeit. Aber Schalke hat sich immer dagegen gewählt, war ein sauberer Mann. Er täglich von denen, gerade mit Tadjani. Er hat mir besonders gut gefallen. Die Fans haben eine tolle Stimme gemacht, gerade auch was mit dem Piro angeht. Das mit dem Fotografen. Ich hoffe, dass da nichts Schlimmeres passiert ist dabei. Da ist ja ein Böger, nein nicht Böger, sondern Raufrakel hat er ja abbekommen. Aber egal, Hauptsache ihm geht es ihm besser oder ist ihm besser. Ich bin zufrieden mit dem 2-2. Schaut mal gerne bei den anderen Kommentaren. Also unten in Kontan, wie ihr das fandet. Also, auf jeden Fall werden sie schöner gewesen. Aber ein Unentschieden ist auch in Ordnung. Ein Punkt. Wir sind immer noch im Rennen, um nicht abzusteigen. Schade, dass Bochum gewonnen hat. Aber egal. Ja. Schreibt mir gerne mal unten in Kontan. Wie ihr das Spiel fandet. Also ich fand es nicht schlecht. Naja. Und wir sind Sonny Tage. Und dann bitte ich. Ja. 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 Ja.